So lange bis einer Verwünschtigkeit zu wohnen. Ich auch. Verstanden. Okay. Wir haben eine leichte Änderung des Regenwerks, das heißt wir kämpfen nicht auf drei Drittel, sondern bis einer von beiden zu Boden geht und rauf geht und oder. Es geht jetzt nicht darum, ob wir Schiedsrichter sind, sondern ich möchte, dass die anderen einfach vernünftig zugucken, weil das jetzt entscheidet, wer nachher erstes Schwert ist. Okay, gut ihr beiden, Homelos gegen Polos, Pugate. Ja, es ist raus jetzt die Schiedsrichter. Ja, das ist meine Meinung, mein Karten, wenn wir das wissen, wenn wir eine Lenz sehen, aber das ist eine Klasse, das ist eine Klasse, das ist eine Klasse, das ist eine Klasse, das ist eine Klasse. Die Klasse, die ja jetzt sind, die Klasse, das sind eine Klasse, da ist wahrscheinlich so. Die Klasse, die ich hab die saferen Sch pip come war ¡Wijos! Köln! 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 Okay. Damit haben wir einen Sieger nicht nur dieses Kampfes, sondern dieses Turniers. Und er ist Romelos Princes! So, vielen Dank für den gleichen Publikum. Die Gladiatoren bitte abräumen, damit es dann Platz für den Herbst ist.